Wir haben uns lange überlegt, ob wir es wirklich nach Peru wagen, aber jetzt haben wir uns entschieden, wir gehen nach Peru. Auf geht's. Wir sind jetzt schon an der bolibianisch-peruanischen Grenze angekommen, direkt am Titicaca-See. Jetzt gehen wir zur Migration. Das Gute ist hier an der Grenze, hier kann man noch mal einen kleinen Snack nehmen, bevor die Reise nach Cusco weitergeht. Sopa, con carne de reis und schmeckt Virginia. Buenos Dias aus der Hauptstadt de Incas. Wir sind hier in Cusco und viele von euch werden vielleicht schon mitbekommen haben, dass in Peru in letzter Zeit bürgerkriegsähnliche Zustände waren, weil der ehemalige Präsident Castillo inhaftiert wurde. Und vor allem im Süden des Landes waren sehr, sehr viele Proteste, auch gewaltsame, mehrere Menschen sind gestorben. Wir haben uns entschieden, ob wir trotzdem nach Peru fahren. Und dieses Video machen wir, um euch zu zeigen, wie die Situation hier in Peru ist. Und jetzt kaufen wir uns erstmal die Tickets für Machu Picchu morgen. Und dann sehen wir uns die Stadt an. Also, auf geht's. Jetzt weiß ich auch, warum Peru den Tourismus hier so schnell wieder in Gang bekommen wollte. Alleine die Zugtickets nach Machu Picchu kosten wie viel, Laura? Zug und Bus. Zug und Bus, ja, okay. 315 Dollar. 315 Dollar nur für Zug und Bus. Und dann kommt noch der Eintritt für Machu Picchu hinzu. Also, Machu Picchu ist schon echt ein Hausnummern, was das Geld angeht. Aber ich glaube, es wird sich lohnen, oder? Konzeption. Falls ihr euch fragt, wieso wir das nicht online gebucht haben, die Webseite von Peru Rail hat immer mal wieder Probleme. Und deswegen mussten wir hierher kommen zur Station. Hier kann man dann die Tickets off-frame sozusagen auch buchen. Und jetzt gehen wir was Leckes essen? 5.000 Euro. Und wir haben unser Restaurant für heute gefunden. Und das ist echt interessant. Laura hat noch nicht mal was bestellt und schon bekommen wir eine Suppe. Und so läuft das hier in Peru. Sehr, sehr gut. Mega lecker. Mega lecker. Also Suppen haben die hier auf jeden Fall auch noch mal drauf. Egal ob in Bolivien, Peru, Kolumbien. Die Tränke sind auch gerade gekommen. Ich hatte mich gerade schon auf ein schönes Erfrischungsgetränk gebreut. Aber das ist einfach Tee. Es ist laut warm. Schmeckt sehr gut, aber was ist das? Zitronen? Was ist das? Wir haben immer noch nichts bestellt, aber wir haben schon Getränk und Suppe bekommen. Das ist die Skyline von Cusco. Das ist die Skyline von Cusco. Da geht anscheinend schon noch ordentlich was ab. Schaut euch an wie viel Polizei da ist. Wir befinden uns hier gerade auf dem Weg ins Zentrum von Cusco. Und gleich gehen wir noch auf den Markt und ein paar Luquinhos kaufen für unseren Trip in Machu Picchu. Und hier befinden wir uns schon bei einem der bekannten Inca-Tempel in Cusco. Da hinten auf dem Berg geschrieben sieht man Viva el Peru. Aber sieht ja alles ganz normal aus. Also man merkt ja nichts mehr von irgendwelchen Protesten oder so. Laura ist schon auf Shopping fixiert hier. Hier gibt es nicht Puma, sondern Yama. Yama? Das ist cool. Laura hat mal wieder beim Shoppen zugeschlagen. Diesmal Socken. Und das ist sie sogar verboten zu verkaufen. Da hinten hat eben schon die Polizei die ganze Zeit am Pfeifen. Dass die Frauen hier endlich abhauen. Die kommt. Die kommt sogar? Guck. Gracias. Du hast mein Handy, ne? Ja, ich habe. Shopping Queen 2023. Innerhalb von 5 Minuten alles gekauft. Kompletter Look. Ich muss die Hälfte, die Arbeiten, Mitarbeiter. Die arbeiten viel an der Straße. Und dann gibt es die Kollegen, die helfen und so. Also, um mich. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Okay. Gracias. Gracias, gracias, señor. Gracias. Buen trabajo. Buen trabajo. Gracias. Gracias, amigo. Si. Ciao. 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 Ja. 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 Sehr gut. Also vorbereitet für Machu Picchu. Und ich gehe mal wieder mit leeren Händen aus. Schaut euch diese riesige Cadillale an. Das ist dieser Hauptplatz hier in Cusco. Laura wird hier schon von den ganzen Touristenguides vollgelabert. Also hier ist echt ordentlich was los auf dem Hauptplatz. Gute. Au Güter vor. Just du? Oh, grazie. Ja. Jö red tới all? Si. Si. Machu Picchu mañana. Mañana? Si. Laguna? Si,еж room. Tides Ortz. No. the price could be. Ja. Ben, das. Hi. Ah, das ist das Original. Muy bonito, gracias. Alter, es fängt an zu regnen. Schaut euch diese riesige Kathedrale an hier in Cusco. Oh, eine Massage. 20 Solos. 20 Solos. 15 Solos. 15. 15. Quale Massage? Das und das Full Body Massage. Full Body? Für 15? Für 2 oder nur für eine Person? Ja, 15 für jede Person. Ah, ja. Und wie lange? Eine Stunde. Ja. Wir können aber nicht heute. Heute nicht. Ja. 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 Kbi. Ja. Ja. 15 Minuten von uns und wir wurden von 20 Leuten angesprochen. Ich glaube, wir sehen wie Caracecter. generally? aber der plaza hier ist echt mega schön mit den bergen im hintergrund sehr viele leute überall restaurants noch drumherum gefällt mir was kristo oben auf dem berg kristo ja es ist echt schön aus hier hola äh, hast du inka kola? ja, ja, wie viel kostet? 3 soles 3 soles, ja, perfekt ist gelado? es ist frito, es ist es ist frio? es ist frio, es ist frio es ist frio es ist frio es ist frio es ist frio? es ist frio es ist frio es ist frio also ich muss sagen, Cusco als Stadt gefällt mir echt sehr gut es ist mega schön hier, egal wo man langläuft überall, schöne Häuser richtig schön, oder? gute Shoppingangebote hey, was ist das? no, gracias woher bist du? hier ist ein Luquino woher ist Luquino? Luquino? für mich? willst du so sein wie Bolivianer und Peruanerin? aber das sieht schick aus ein bisschen so wie in Deutschland Diendl, ne? feria artisanal für Produtores also Laurina ich kann mich schon könnte ich mich dran gewöhnen wenn du das anhast ich sehe gut aus ein Luquino ne? ja, musst du anprobieren hier gibt es alles und hier ist der Markt den wir die ganze Zeit gesucht haben willkommen zum Mercado San Petro 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 heita ich habe schon alles ja also jetzt ist meine Zeit hehehe auf gehts auf gehts was? die der Poncho dieser Markt ist einfach unheimlich riesig hola ihr seid schon? si, gracias señorita aha pulkos naturales lange nicht mehr gehabt seit Kolumbien naja aber sind zwei hoch, ne? das stimmt es ist es ist es ist es ist noch nie gesehen so eine Frucht ich probiere ein und die Luquina 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 und was noch? es ist ein danke nossa riecht gut und hier in Peru lernt man Früchte kennen die habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen was ist das Laura? Sapote es ist mango und das hier? es ist maracuja aber ds frutti kondi Wie heißt das hier? Chirimoye Ah, Chirimoye 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 Ah Sie haben Chiruji Queijo Stimmt Ich weiß nicht, ob wir das probieren? Ja Fertig Bier, die Sektion Herbes, Medizinales, Diabetes, alles natürliche Heilmittel, die hier verkauft werden Hier kann man die Hähnchen kaufen Und jetzt kaufe ich mir doch mal hier ein Poncho Laura ist schon komplett eingedeckt Mütze, Pulli, Rucksack, alles Lama sogar So Ich hoffe, jetzt fallen wir nicht mehr so heftig auf als Touristen hier in Peru Haben uns schon eingedeckt in unseren Looks War echt ein geiler erster Tag, muss ich sagen, hier in Cusco Man hat nichts gemerkt von irgendwelchen Protesten Keine Unsicherheit Allgemein sehr, sehr viel Polizei auf den Straßen Und mir gusta mucho Super Preise Und morgen geht's zu Machu Picchu Also, bis dann Und jetzt kommt unsere wohlverdiente Massage Bist du bereit, Laurinia? Ich bin schon bereit Auf geht's